so willkommen zurück zur jurassic park evolution wir wollen weiter spielen der t-rex will nicht gefüttert werden er will ja man kann einfach so aus dem bauch das ist die zweite folge bei mir gibt es hier eigentlich pausenfunktion nein wir schaffen sie 50 prozent des genoms die sind gerade zurückgekommen ich möchte erst mal gucken was ihr habt war das so als unterhaltung zurück hier wo schon an sie die 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 Im Fossilienzentrum können sie DNA aus Bernstein und Fossilien extrahieren, um neue Dinosaurier-Genome zu erschaffen. Aufregend. Ja, ich muss manchmal auf zusätzliche Funde DNA extrahieren. Das dauert ein wenig. Okay, sagen wir mal hier. Dinosaurier-Gene, Grabungsstätten, Mutter, Maschinen, Dinosaurier-Gene. 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 Schuppen. Stärke-Herz, Lung, Muskel. Gute Verdauung. 80 Runden, na komm. Plus 5 Prozent. Neuendienstes-Genome. Neuendienstes-Genome. Es sind auch 50 DNA extrahieren. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. In den Tieren nur eine Geldanlage zu sehen, oder sie als Kuriositäten auszustellen. DNA extrahieren. So. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich. Dinosaurier-Gene. Jeder Tag ist aufregender als der letzte. Das ist mein Motto. Darum kann ich es kaum erwarten, bis sie uns das neue Genom bringen. Auch wenn ich nicht weiß, was das ist. So, okay. Wir gucken also zurück. Entwicklungslabor ausbrühen und freilassen. Gut. Entwicklungslabor. Wir wollen ein Dinosaurier ausbrühen. Und zwar diesen Kollegen. 52 Prozent. Uh, das ist ja mal... Scheiße, ist das teuer. Komm, ausbrühen. Erstmal hierzu. Gäste. Ein Schutzraum. Nein. Ein Souvenirladen. Ein Hotel. Wow, wow, wow. Ist das groß. Scheiß. Dreck. Wo machen wir denn das Hotel hin? Scheiße, ist das groß. Ähm... Ähm... X konnten wir drehen. Y zurückdrehen. Außerhalb des Verbaubahn gereicht. Ich kann mich verarschen. Wie sieht das hier aus? Wie sieht das hier aus? Fokus. Na komm. Na. So. Sieht so aus, als hätten sie keinen Strom. Nicht gut. Bauen sie mehr Kraftwerke. Oder erhöhen sie die Produktion. Mehr Kraftwerk. Hier ist ein Kraftwerk. Äh... Ungenutzter Strom. Doch, das passt doch. Oder was kostet das Hotel nachher? Strombaubaubau auch wissen wir nicht. Wir bauen erst mal einen Weg da hin. Und von da... Strom... Kunstbahnwerk. So. Hotel... Strombaubau auch kommen. Hotel wird fertig. Folging ist noch mal los. Genau zu 50%... Jetzt machen wir gerade. So. Benötigter Strom. Ziehen. Ah. Oben. Das bedeutet dann wohl, wir haben zu wenig davon. Ähm. Wie komm ich hier mit raus? Escape. So. Was. Us. Kleines Kraftwerk kostet 50.000. Ähm. Stromproduktion hier ist eine Menge Strom in das Netz ein Jahr. eine gewisse menge strom die sich erhöht wenn man verbessert verbessern sie ihre kraftwerke durch upgrades oder bauen sie neue upgrades bitte neues kann ich mir doch nicht leisten ausfallschutz bessere leistung aktivieren wir müssen an geld kommen kann ich mir geld leisten gesamteinnahmen ausgaben ganzen ausgaben ticket verdammt doch ich glaube ich kriege geld wenn ich den jetzt freilassen sicher bitte 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 ich habe kohle ei hallo kohle Oh, oh! Glückliche Gäste, darum geht es hier auf den Inseln. Wir sorgen dafür, dass sie bekommen, was sie wollen. Das ist so ähnlich, wie für Dinos zu sorgen. Nur mit mehr Anforderungen, weniger Verständnis, stimmt's? Fast-Food-Restaurant. Fast-Food-Restaurant? Wollt ihr mich verarschen? Nee, er geht erst mal was zu sagen. Stimmt's. Gleitern lassen. So, dann gehen wir mal hier raus. Hoffentlich frisst ihr jetzt nicht meine ganzen... Dings weg. Neues Team. Ritterstation. Nein. Erstmal... Na? Vermödigter Strom. Mit Stromversorgten? Nein. Deaktivieren. Warum ist... Dasore? Ja. Das war es. Ja. Das war's. Ich hoffe, dass ihr seid. Ich hoffe, dass ihr seid. Zwei. Da. Jetzt geht's... Ich hoffe, dass ihr seid. das unvermeidbare ist also eingetreten wo leben war ist tot aber sie müssen sich jetzt fragen ob man das nicht hätte vermeiden können natürlich nicht der tod kommt immer aber hätten sie in hinaus zögern können das ist eine andere geschichte hätten wir uns was bedenken können und er geht schon wieder auf jagd schlecht 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 fast food restaurant fast food restaurant ungenutzter strom 5 upgrade verbesserte leistung forschung erforderlich wo war die forschung forschungslabor forschungszentrum forschung anziehen ich hätte gehegegebäude heute abgibt schrom upgrade verbesserte leistung kostet 100.000 drei minuten verbleibend ok nein noch noch ein tod und ich gehe kaputt er frisst mir meine ganzen fast food restaurant durchbauen und 70 bitte bitte leben und tot ja die lebenserwartung wird durch die leben die erwartungseigenschaft eines dinosaurios definieren diese kann durch genetische modifikation verbessert werden eine krankheit ausbrechen ok scheiss dreck hier bauen erst noch noch eine straße so transport team ranger station ranger team ein fahrzeug gelenk ziemlich gut aus hier ich mag was sie aus diesem ort gemacht haben die hege pflanzen fresser vor der vergangenheit wir können uns keine foto oder station für unseren ticken die nur leisten das ist lernberg unser sicherheitschef ihre deren und meiner willkommen auf den inseln wir stehen hier vor einer schwierigen frage wir wollen unsere tiere unter kontrolle halten doch gleichzeitig auch ihr instinktives verhalten fördern um ihr kampfpotenzial auszuschöpfen jeder hat angst davor dass diese tiere frei im park herumlaufen mich eingeschlossen aber wir können sie uns nicht zunutze machen wenn wir nicht ein paar risiken eingehen strutohiremius eier aus geldbelohnung ja warum nicht wie viel zeit habe ich denn da möchte erst mal sehen wo mein dicker ist brotkasten strutoh aus früden so das beobachtungs ding das hatte ich das hast du vor uns schon gesehen ich weiß noch nicht ob das strom braun nein das war ein gehege brutvorgang ausbrüten fehlgeschlagen einer ihrer dinosaurier konnte nicht ausgebrütet werden niemand hat behauptet dass das einfach werden würde auch leute kommt lebensfähigkeit die kosten nochmal aus sontern rotkasten aus früden und jetzt wollten wir aber ein beobachtungs galerie baukasten baukosten 154 äh 143.000 kein strom verdammt erst mal siegen als nächstes als nächstes stromleitung beeindruckende arbeit und jetzt möchte ich nicht sicherheit was ist jetzt mit ihr ich hätte da einen neuen job der ihren fähigkeiten entsprechen sollte jetzt schauen sie sich die sache an und sagen sie bescheid wenn sie interesse haben eine miljon eine miljon sturm abwehrstation kriege ich jetzt eine miljon oder kostet das strom abwehr sturm abwehrstation und eine miljon ok sind sie sicher ich würde ähm abbrechen nicht jetzt komm wir wollen erst mal kommen so wo sehe ich wie viel strom ich über habe muss ich wohl anklicken ungenutzter strom 6 und mein hotel verbraucht benötigt das strom ist noch mal forschung forschung anziehen ein gebäude abgates kosten 300.000 waltig ähm pu 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 ranger station hemmend entwicklung ausbreiten inventar platzen nein nachladetempo das es 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 ist wir beenden erst mal die folge hier es kommt ja langsam geld rein also tschüss und ciao bis zum bis zum nächsten mal bei 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 jurassic world evolution tschüss 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 tschüss